Willkommen zurück beim nächsten Part von Paper Mario. Wir waren am letzten Part und hatten mal einen kleinen Mordfall gelesen. Wir kennen ja, als typische Logik. Und ja, gehen wir mal weiter. Wir wollen ja an den Sternenthal gehen. Dafür muss man halt ein bisschen weiter nach Sachen machen. Ah, ich hab schon auf dich gewartet, Mario. Ich warte seit der Ewigkeit. Ich war schon bald verzweifelt. Ich hab dich gefreut. Weil es ist so frostig und kalt und ungemittelt und lässig. Also nicht immer an. Ich hasse das Ducht. Ich habe das Teil nicht mehr aus. Und es ist fruchtvoller. Ich werde dich nur eine Kochzeit platt machen und dann einen warmen Fleck suchen. Mach das Brett. So. Schon hart geschafft, Mario. Schon empfangen mit coolen Techniken Ducht. Passt, oder? Ja. Du hast einen Zauberer-Examen gemacht. Interessant. Wir machen die Klassik-Technik. Äh, Kinder haben von Mordhubes und haben von Mordhubes herumzutrauben. Ich. Der hat deswegen auch eine Schnusch. Ganz oft gemacht. Mario. Bist du Zauberer-Tricker, gell? Den alten her wirst du nicht gerne. Wann ich jetzt treffen. So. Dann einfach noch ein Kabusten. Ja, gut, dass wir so eine gute D-Funktion. Aha. Das fühlt sich fantastisch an. Ich bin immer mehr stark. Immer besser. Äh, ja. Okay. So. Also. Ich meine, nur noch für Sicherheitshalfe nach eh weitere Boost. Weil, because RNG. Ich weiß, dass halt niemand mehr schafft. Äh, ja. Kann ich auch genauso gut einfach ein Kamei machen, um die Garantäer zu machen. Respektive, weil ich wahrscheinlich den Sprung komplett verkackt werde. Und. Wunderd. Nee, ob schön fest die drei extra damage die Stock. Sonst ich hab eine lange Dauer. Oh. Schon gut drauf geratschen wird, du schon noch gewollt auf dem Level abkönnen. Bei OP-Wert, also schon mal zu. Kann ich nicht mehr machen. Ich werde nur noch weiter. Bist du B-Picking? Nee. Nee. Du kriegst noch ein Käl. Ah. Ich meine immer ganz gerne den mal in Formel 1 Keydrop zu schlafen. Da wirst du mal mal ein High-Character. Verschwinde! Du kommst nicht weiter! Geh um oder ich fress dich! Was denkst du? Du wirst dich nicht furchtentschränkt. Wirst du nur Angst? Nope. Warte zu zweier! Klassisch Gejnau. Wie wirkt das in den Side-Buzzers? Kann ich normalerweise nicht infiniten, oder? Oder doch? Kein durch, wann ich nicht verkacke gehe. Wir wollen noch one-tunnen. Ich bin in Visionen. Ich habe schon lange Zeit noch nie so oft getroffen gehabt, wenn wir gespringen. Aber vielleicht muss ich mit dem Timing anfangen, wenn wir schlecht machen. Nee, läuft schnell! Ah, das ist sicher alle guten Twins, oder wie? 100 Sekunden! Ah, du bist doch Mario! Merci, dass du gekommen warst! Wie geht es dir? Man nennt mich Merle. Ich kümmere mich an die Sternekanne, die hier am Sternenthal geboren sind. Ich muss dir ganz viel erzählen. Mein Tal. Bloß, als er dann in mein Haus ging. Dieser Kerl kann ich mich nicht konzentrieren. Eine Wandschrift. Ich muss mich für der Trübeltaft optreden von der Sternekanne entschälischen. Kevon, als du erwartest, dass du so schnell heil wirst. Ich schrecke, fräumleid, für er baut das Leid von diesem Tatwuchzahn. Lanschgift muss ich nicht verzeihen. Äh, ja. Komm doch ran. Also Mario, passt gut ab, was ich dir zu erzählen nun. Das heißt Gebiet aus dem Sternenthal. Interesslich nun, weil heute Sterne geburgen und abgezogen sind, ehe sie an den Himmel raufkommen. Wenn dort, wo die Browser des Sternenstabers zum Sternen schaffen geklaut wird, verschwind Kraft von diesem Ort, und Sternekanne kann er nicht mehr an den Himmel absteigen. Schon ein Ninja zu Merle mit Papkes schickt, weil ich schon gehofft erkennt, dich dort zu bewegen erinnert zu kommen. Weil ich schon weiß, wo die letzte Sterne verstopft ist. Stimmt, in Twinkwood ist das nicht gesucht. Ich habe schon in einem Dram gesehen, ein Visier über die letzte von Sternen, der mich im Hölf gebunden hat. Wenn wir sehen, wo es, da wird die letzte Sterne am Gipfel vom Biberberg sind, hätte ich am Norde festgekommen. Hier ist der Kristallpalast. Hier erwartet der Sterne. Der Kristallpalast ist gut gebaut, für die Sterne zu holen. Wir werden tatsächlich verschwinden, erst in Erinnerungen von der Leid, und die Hautkante ist kein Wunder, wie man den Palast kennt. Aber jetzt geht es wieder. Dazu bereist du Gäschestein, die in den Hei am Land vom Schnee seit Generationen abpasst. Hey, wo ist das? Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Oh, mir ohne Schalkrud. Diese fabelhafte Schal geht schon seit Generationen am Sternentag weitergeheft. Ich wünschte, ich weiß wie eine richtige Arbeit ist. Aber leider verwies ich nicht, die Werte zu wissen. Gleifende Legenden musst du ihn zusammen mit einem Anregelstand aussetzen, den du der Bibel-Biber-City zerkriegst. Die zwei geben dir den Weg zum Kristallpalast für ihn abzumachen. Leider ist das alles weiter schwierig. Wann die Leid Sachen bleiben wie so aus, da werden Sternekanne niemals zum Sternenhafen rupstaschen können. Also das Schicksal wäre wirklich grausam. Wann ich Gleif? Hölle finden eine verdreifte Baus auf dem Himmel. Oh Mensch, weißt du nicht so viel wie die Mischte. Ah ja, Mario. Wann hatte ich vergessen? Hier entlang der W zum Kristallpalast soll der kleine Schrei gehen. In allem wir ganz gesehen, berichtet über das Geheimnis von diesem Schreien nicht allwohreschkaufen angesieden. Meinst du, Leid zu Gleid Mauren? Äh, Leid Mauren. Ahem. Verwirrende Schweres, aber du musst die Schrei fanden und sein Geheimnis leisen vierte Kristallpalast, sage ich. Vergiss das Warnschgift nicht. Ja. Ja, gehen wir mal weiter. Weil Lümmungsmann nehm ich nächstes zurück. Weil... also ein guten... äh... Pinguin-Kollege, dem ich auch wieder geholt habe, mit... erpes... was mir brauche auf die Ferien zu kommen. Äh... also noch... Erpes, das fand ich schon mal rum, witzig, wann es dich lohnt. Während wir... die Dinger haben von Neuven... rupflähen. Ja, heißt nämlich, bräfer, ich glaube, immer auf hier, bis es halt was Ding machen. Während Thay als ein Junior-Truper war er auch vorwärts. Mal gucken, ob er sich der Reise erholt oder nicht. Weil er so viele Menschen so ist, erholt ihn sich relativ sehr, wie immer. Hey, jo, Brücher Mech, das sprach was bis zum der! Ja, das bestimmt etwas für mich. Oh... Mario? Wo hast du schon nem Sterne da? Hast du einen Merle getroffen? Ich hab's gezeichnet. Was hat denn da gesagt? Im Gegenstand, den dieser Stadion gibt es, Groove? Ähm... Ah ja, da war mir mal etwas. Moment... Ich muss hier schon füßeln. Ja, der Romo denkt hier was. Ah ja... Das ist schon nicht. Wie ist es? Ein Ema. Das ist ein wunderbarer Ema-Gruf, die von einer dieser Stad von einer Generation an die Nächste weitergehen. Merle muss es so tun, dass das ein Ema irgendwas enger Legenden verknüpft ist. Wenn es denn zusammen eine fabelhafte Schale richtig ersetzt, werden die Leute wieder zum Kristallpalast aufgemacht. Wer will schon, wird das alles zu bedeuten, ne? Ich habe schon auf jeden Fall keine Ahnung. Da ist es so gut, woher wir uns in der Stadion haben. Was ist das? Ich bin hier in der Stadion. Wir sind hier in der Stadion, die von der Stadion, die von der Stadion. Wir haben hier in der Stadion, die von der Stadion zu sehen, ne? Ich wünsche dir viel Glück. Äh... Ihr seid doch ein Bd-Spiele-Meschter-Pingwins von Bd-Spiele-Gruf, ja? Mein Name ist Parakary, ich bleibe schnell ein Brief erzählen. Ich mag schon so ein Brief gesehen. Wann schon, dann machen wir das an Engels. Ah, nee, es geht für den Brief pünktlich. Ja, ja, also weiter. Der Spruch hängt mir schon zum Haus raus. Für mich? Oh, das ist der Yoshi-Siedlung. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber das ist doch ziemlich weit. Ich werde den Herrn nur lesen. Für mich, Merci. Oh, Moment, ich will die Abskin. Und du könntest auch noch Sternen splitteren, wenn ihr die Zeit Quests mischt. Ich meine, ich hätte hier mal einen Coloradio gemacht gehabt. Für mal den Krutun. Und du geht jetzt weiter halt. Lama ist. Ominés. Frohe Quelle, wo sie sich zu frohen. Oh ja, wie geht das? Bei mir einfach mal. Ja, das ist relativ offensichtlich. Das ist halt für Kanada die Stadtspiel. Also, ich meine, wo Peggy sechs gewischt. Natürlich für ab sechs Leute müssen die Leute eins gehen. Aber gut. Ich muss ihn auch immer bedenken, dass nicht alle Leute wissen wird gemengt. Erzähl schließlich sechs Jahre. Nennen die die Kanada. Ach, ein cooler Nehmer. Vielen Dank. Eine warme Schal. Vielen Dank. Du bist ein ganz leber Mann. Wir sind dir dankbar. Als Belohnung für den Großzügigkeit wird ohne dir ein Geheimnis. Was? Kudum, kudum. Ja. Ich bin schon bei Snow Snow. Äh, was? Snow Snow Hill? Bei Mare Ferra 60? Könnte mich korrigieren, wenn ich da habe es verkackt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Und ich kriege dritt an. Und herzlichen Dank und Glückwünsch von der Schneemann. Ja, immerhin sind sie leerisch. Und sind wir da, sind wir noch mal an den... Frostische Pfuchte, wie ich die Geheimnis nennen. Wir haben hier einen kurzen Speicherpunkt. Und... Ich habe hier direkt alles gemerkt, für weiterzukommen. Ich gehe vorhin, den ich kämpfe. Ich muss nicht zu schütt kommen. Upp. 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 Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Also gehe ich einfach weiter. Ja. Ich weiß wohl das. Upp. Trickt. Trickt. Ich sehe Tricks da. Er ist dann ein Ultraschuhl, die verstockt ist. Den werde ich... Ich kann nur... ...kombinieren. Für das mal ein bisschen... ...item Space kriegen. Ei... Naja. Nein, wegen einer, okay. Ei, brauch ich den Cooper, den ich... ...wahrscheinlich schon seitdem. Ewig geht nämlich rausgefischt. Ähm... Hallo? Hm? Nee! Warte mal mit den Ahlen los. Der Typ ist eigentlich genutzt als für euch. Schwindler! Wer warst du wirklich? Sog mir deinen um. Es ist die Cooper. Wieso ist das? Frohleut, wer warst du? W-W-Wat? Das war menschlich. Es ist eine schwache, richtige Cooper. Ach komm. Du faselst amok. Äh... Wat? Muss ich den Kerner übersetzen? Ja, da gibt kein Sinn. Es ist eine richtige Cooper. Wirklich. Komm schon, Mario. Du kennst mich. Der Kerl hat... Du... Litt. Ich lege nicht, Mario. Du weißt, dass ich Cooper sehe, ne? Kennst du den Kumpel nicht? Halt... Halt schniss... Jungschen. Nichts ist der Kumpel. Was ist das? Du sagst halt nicht schnisshaar. Nichts ist der Kumpel. Halt schnisshaar. Halt schnisshaar. Halt schnisshaar. Äh... Mario. Du musst raus von der Weh von der Heißbreite leiden. Fand ich nicht, aber verpasst die Mengen mit dem Hummer. Ja gut, das fand ich gut. Wannst du Mengenst durch... Dass du Tomate durchkennst, wirst du dich nochmal geschnitten. Ich weiß, dass du Mario... Äh... Weißt, dass das ist Sinn. Ich lebe dich, Mario. Ja. Ja. Ich kann leider nicht wissen. Das hätte ich einfach zu... Freddy einfach nur ein Todgewicht mehr. Autsch. Wie höchst du das nicht schalt? Wie höchst du nicht schalt? Wie höchst du nicht schalt? Das muss der Glückschriffe gewischt sein. Keh, verfügt du für so gut Instinkt. Wannst du so schlecht schwarzen? Wird viel... besser, wannst du... ...n... 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 ...n? Also... Ich bleibe immer bei der Classic Method. Einfach... ... bisschen Damage machen. Hoffen, dass sie sich verwandeln. Während das... ... probieren wir uns einfach zu beschaffen. Hau. Chambolen... Weil ich wohne halt, könnte mir natürlich denke, auch voll, wo ich halt ganz gern immer Express falsch machen, für mehr Gehirn zu holen, mehr Erfahrung oder so. Aber ja. Die gehen halt, für das war ich wohl schon, weil ich Powerlevel tut, nach relativ guter Erfahrung. Und sie spüren halt, du bist in Zeit. Dann gehen wir halt, da ist nämlich noch ein Upgrade-Block, und den benutzen wir, wir schmecken den, weil nicht mal für Buhu. Einfach weil Fäscher-Lady gesehen hat, schon relativ witzig aus. Weil der Fäscher, den hat ja ganz oft benutzt, für Rümzelachen, wird hat nämlich immer benutzt, und dann fährt er sich so ein bisschen zu verdecken, den teilt bei vielen anderen Fighting-Game-Scans mit dem Handfedrunal in der Lache. Du kennst schon ziemlich Sachen, sich aufhagelosen. Nee, ja. Ich brauche beim Bett sowieso. Weil du feierst nämlich schon ein Agan. Und dann schmecken die Menschen nach ihr, macht auch noch eine Kristalllampe. Öp-a. Eine schwarze Stelle. Endlich Mario, ist sie froh, dass du diesen Platz fandest. Du schon hab' dich gewahrt. Wie findest du das eigentlich komisch, dass ich von da weiß? Mein Name ist Madame Merlach. Du bist eine Botschafter von den Sternen. Merlon und Merle kennst du ja. Naja, du bist hier der Vorfang. Die Sternen haben mir von einem Drehen von dir erzählt. Sie sagten, dass du zum Schrein und Biberberg gibst. Äh, Russian. Von hier erst bewahren ist der Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verschwenden, also lässt du gut genug. Du weißt vielleicht nicht, dass du mit beiden Horden sind an den Kristallpalast angetrunken. Denn auch, wo die Sterne geholt ist. Weil ich dir nur so was ganz wichtig ist. Wenn ich dir alle wurde, warte ich dann so. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werd mich kurz fassen, also komm, wann ich pass auf die gute und wichtigste Punkten ab. Die Geschichte fängt für lange, lange Zeit. Du musst vorisch machen, Jungfrau. Eigentlich darfst du es geschehen. Also, die Biberger hat schrecklich das geschieht. Ich bin direkt durch ihn gelaufen. Aber es war eigentlich... Oh, das ist ein Augenblick. Ich war... An... Etwa so. Ich wollte keine Ahnung. Also... Dann... An... Auffurzeln... ... ... ... ... ... ... ... Das hat mich nicht zitzig. Dann tun wir ja schon mal mehr an, dann geht's hier in Gräsland. Und du hier musst du gleich erst im Kristallpalast vertreten. Aber... Ey! Bist du mich nicht zählst denn überhaupt nur geherrscht? Ähm, ja. Naja, alles für gut. Wie ist das schon wieso tun? Brauchst du die Sterne stehen, und die Sterne an den Palast kommen. Und hör mal da überrascht nicht hin da. Äh... Storytimes bei der Familie mehr oder mehr sagen. Oh, nicht. Material von diesem Stehen kannst du kannst du die Welt zum Kristallpalast abmachen. Also tommelisch, hm? Hast du sicher, dass du die Kurzfassung von meiner Geschichte verstanden hüsst? Ja... Ganz episch tragweise dieser fabulöse Story kannst du recht erfassen, was vollversinnert. Wie will ich nicht hören? Vielleicht werdest du die Ängste dazu zählen? Mach es nicht! Bist du hin? Viel Glück! Ich will die nicht hören. Ich will die nicht hören. Es ist bald so schlimm, wie wenn ich mir nur lausche, wenn ich meine Fantasy 6 komplett durchziehen. Und da zieht sich auch. Ich hab dann ein Trepp aktiviert. Wird voll unopferlich aus. Meio. Dann haben wir mal ein Treppchen hier gestaltet. Wir geben sie verschiedene Plätze hin. It's time to climb the mountain. So. Dann gehen wir mal direkt rup. Dann halt die Kampfi einfach mal rumpeln. Dann gehen wir schon kein Lust, immer gegen die zu kämpfen. Obwohl... Scheißdruck. Ich kümmere mich schon die an diese Idee. Weil sie so stark sind. Aber ich will nicht, ob kein Ding es mehr gehört. Dann schlug der Klassiker Stern. So. Und zwar nicht so viel mehr. Brauche ich nicht. Dann machen wir uns nächstes wieder Erfahrung. Quick Damage. Beste Souvenäser gekassert. Beste Souvenäser gekassert. Hopp. Dann gehen wir mal hoch nach den Sternen-Splittersischen. Den ich empfangen auch hoch nach Noka-Sische gehen mööre. Waren wir schon hoch gerade. Sprang Marathon machen. Wird zu klein. Hopp. 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 Aber wir sind halt. Ich hoffe, ich hätte den Part viel gefallen. Wenn ich nicht noch will, dass ich beispielsweise weiß mache, wie dort am Shop kaufen oder so, dann sucht man da in den Kommentaren. Guter Gesümeisters am nächsten Part. Bis dann. Und ciao. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.